Hallo, ich bin Julia Fanke, ich bin 15 Jahre alt, ich spiele in der rechten Außenverteidigung. Das ist jetzt meine vierte Saison beim HeGAV, davor habe ich beim SV Hausen gespielt. Mein persönliches Ziel ist es, mich weiterzuentwickeln und verletzungsfrei durch die Saison zu kommen. Und das Ziel meiner Mannschaft ist natürlich der Klassenerhalt und einen guten Platz in der Tabelle zu erreichen. NBW – Energie braucht Impulse.